Ihr habt einen Lamborghini gemietet, wenn ich nicht jetzt alles täuscht korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Den habt ihr mit Schusslöchern beklebt und habt ihn am Hermannplatz abgestellt. Darf ich fragen, wieso? Weil wir ihn daraufhin abschleppen lassen haben. Er stand ja nur ganz kurz am Hermannplatz, einige wenige Minuten, Sekunden. Weil wir symbolisch deutlich machen wollten, dass wir bei Clan-Kriminalität wirklich härter durchgreifen müssen. Und dann auch an das Vermögen dieser Leute rangehen. Und oft ist es ja so, dass gerade auch dicke Autos, große Autos, so ein Statussymbol für diese Kreise sind. Und da haben wir gesagt, die wollen wir denen wegnehmen, wenn wir nicht wissen, woher das Geld eingenommen wurde, wie es eingenommen wurde. Und deswegen haben wir dies gestartet. Und die mediale Aufmerksamkeit, auch dass du jetzt nochmal fragst, ist ja doch schon ein bisschen her, zeigt ja, dass wir nicht so falsch lagen.